Ich weiß bei dir ja nie, was du so schluckst. Energy-Werte-Aufnahme? Oh Gott! Product Placement! Ich sag dir nicht, welche ist Energy. Also doch nicht. Das ist egal. Ich bin schon Product Placement. Hä? Ne, ne. Loll, ich mach's richtig! Er macht's richtig, Leute. Gebt ihm jetzt den Darm nachher runter, weil es richtig gemacht hat. Ist ja auch gemacht, dass wenn das Inventar leer wird, das automatisch abgefüllt wird? Kann sein, noch nicht ausprobiert. Ich auch nicht, ich bin gestorben. Jetzt wird nachgefüllt, ja. Hab's grad mit der Schaffel ausprobiert. Nice! Nice! Nice Sir! 5, 6, 7, 8. Also es könnte sein, dass ich jetzt dann gleich sterbe. Ach ja, das ist nicht so schlimm. Da kommen wir drüber hinweg. Weisst du jetzt, hast du jetzt schon ausprobieren können, was ich gemeint habe mit automatisch nachfilmen? Ja eben, ich hab's mit einer Schaffel ausprobiert. Also nein, Moment, was hab ich noch gemeint? Mit, wenn du klickst, dass es automatisch, äh... Ding, ähm... Ähm... Dann ein Block in das Craftingfeld rein setzt, wenn du... Ne, rechte Maustrachttasse gedrückt hältst. Äh, ne, da hab ich jetzt gar keine Ahnung. Das musst du schon selber ausprobieren. Nein, eben, das ist ja. Hab ich ja gesagt, das find ich geil, dass das wieder so ist. Weil in der neuen Version ist das ja nicht mehr so. Na gut, hab ich gesagt! Ja, gut. Da 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 da... Da 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 da... Was mach ich mit mir? Das wüsste ich auch nur zu gerne. Ich mach eine Höllentour jetzt schon. Der, der lieber baut, geht in die Höhle. Auf, ich hab schon genug von der Musik-Vorderaufnahme. was ist was ist auch noch selten in minen in minecraft wo ein grund sein könnte warum ich jetzt so ausraste eine mine unter meine sagst wenn du schon sagst was ist selten in das habe ich jetzt ganz vergessen dass monster an sind damit bin ich voll verschloppen ach gott knallfisch dir ist echt nicht mehr zu helfen mein bolz ist gerade hochgeschmissen weil einfach im monste bei mir fast auf dem schoß gesessen ist das klang jedenfalls so ich habe einfach voll vergessen dass das monster an sind das passiert wenn man nicht stirbt oh gott mein puss ist immer noch um zwei zombies zwei creeper das klingt nach dem tollen rezept man nehme ein knallfrosch zwei zombies ich brauche eisen eisen diesen eisenreisig aus dem eisen nice was ist das redstone was pickaxe kann ich das mit der aufbauen ins grün ist ja sonst nein kann ich nicht ich brauche eine redstone pickaxe für das material lol davon ist ja ein skelett alter das ist panik schieberei hier adrenalin gekickt ja das habe ich jetzt nicht gebraucht zombie und eine spinne jetzt habe ich auszusehen die fledermass getötet und man vergisst immer noch nicht es ist immer noch die erste aufnahme also die immer noch eine aufnahme am stück ach so das hier nicht weist macht euch nicht ich habe nichts gesagt ich habe einfach voll vergessen dass das einfach noch monstern sind es ist dein server das ist einfach voll gefreut jay mine und dann einfach und dann einfach das klang zu er gerade nach ein bisschen erbrechen aber ja die erbrechen ja auch ich gehe wieder hoch weil ich wollte einfach nur eisen holen dann das doch gut alter mein herz das kann ich doch nicht verkraften also so alt bist jetzt auch wieder nicht sagst du weiß ich sagst du das weiß ich knappe 50 also was da hast du noch deine besten jahre vor dir da kennst du mich nicht so gut ich bin schon 84 ja genau intelligent bist du halt eben alter weisheit aber nicht schlauheit und ich weiss dass dieser satz gerade wieder mal so richtig schlau war ja die haare sind schon weiss ich heiße nicht ja der hat ja seine skin weisse haare also wenn du swissmeta t wärst dann wäre ich jetzt nicht da habe ich nett gesagt bist du asozial zu deinem brüderchen ja eben zu dann muss man asozial sein wieso lehnen sie die welt kennen vor allem brüderchen ne das ist schon ich weiß ok was ist wertvoll das brauche ich für ein anderes mal das hier das hier brauche ich für das und das und das das würde ich in einer separaten truhe gesichert machen ok nice ich hab eisen oh ich muss grad gehen ich hab's gehört lol what the fuck hab ich gedacht what the fuck hab ich gemacht oh den chunk bug nee ich hab auszusehen auf den pfeil in der mitte gedrückt von crafting bench dann kommen ja alle rezepte und so oh kommen sie ja sie kommen wir gehen doch wieder hab ich noch etwas zu drinnen auch wenn ihr jetzt meine aufnahme sehen würdet wenn ich aufnehmen könnte ähm ich hab grad so einen fluss der von einem see irgendwie rauskommt und mein haus ist in der nähe davon und ich baue glaube ich den fluss jetzt zu meinem haus nach hinten weiter ja lustig bist du genau bei mir in der nähe weil ich hab auch einen fluss mit einem see ich hab einen chunk bug bei mir ich hab einen chunk bug bei mir ich sehe dich wirklich auf der minimap nein nicht hü eh betty gehen bubble craft Geh ins Bett. Ich bin zu weit weg. Oh du Pisser. Einen Moment. Sagst du, wenn du in der Nähe bist. Nice. Ich hab Kupfer. Du kannst schlafen gehen. Ist das das Schicks Intro? Gut, kannst du wieder drauf. Wenn du es schaffst. Ich schaff alles. Nicht so wie ich. Also, ne ich sag's jetzt nicht. Aussach ich schaff es nicht auf meinen eigenen Server zu joinen. Ja siehst du, so unfähig bist du. Leute ernsthaft, immer wenn ich den Skin drin hatte, konnte ich nicht auf den Server joinen. Das ist echt crazy. Der Server akzeptiert einfach deinen Skin nicht. Hast du das noch nicht akzeptieren können? Nein. Keine Sorge Leute. Schweig in der Stille. Jaoii, meine lieben Jabrois. Jaoii, meine lieben Jabrois. Oh ne, damit fang ich mal nicht mal an. Was mit Jaoii, meine lieben Jabrois. Jaoii, meine lieben Jabrois. Adilf. Adilf. Ich hab so viel zu viel auf meinem YouTube-Channel so klauen wollen oder geklaut. Von anderen YouTubern. Was geklautes kannst du nicht klauen, weil es ist schon geklaut. Wie du meinst? Kupferschmelzen, Kupferschmelzen. Ich mach noch einen Ofen. Zinnertz. Keine Ahnung, für was man das braucht. Das braucht man für Batterien zum Beispiel. Ach so. Also ich hab schon Kupfer und Zinn. Und Eisen und Kürbis und Apfel. Apfel hab ich auch. Ja. Nice. Und ich hab Rindsteak. Mal schauen, wie viel ich nachher im Schnitt einbauen werde. Weil ich will mehr Jokes einbauen. Im Schnitt. So wie dieser Ok-Typ. Ok. 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 Aber den musst du jetzt einbauen. Hab ich wahrscheinlich schon eingebaut. Oh oh. Ich will über die Zukunft reden. Ok. Nochmal. Halt dein Maul. Ok. Oh ne Scheiße. Ich werde jetzt wahrscheinlich schon einbauen. Ok. Oder so wie bei der ähm. GTA Aufnahme. Hast du die geschaut? Noch nicht. Nein. Noch nicht? Du warst Gast bei mir. Und hast du nicht geschaut? Ich weiß. Ja. Ich bin gemein. Ich weiß. Du bist 18 einfach dich selbst. Ich hatte keine Zeit dazu. Das haben wir dann wieder. Ab morgen. Morgen ist neuer Tag. Morgen ist nur morgen ein Tag. Ok. Ok. Ich hab vier Kupfer. Und sieben. Tin. Tin. Ab in die Höhle. Ab in die Höhle. Oh ich brauch Blöcke. Die hab ich da in dieser Liste. Oh cool ich bin auf Ebene 13. Kann ich gemerkt wie tief ich bin. Mach ich bei dir. Vielleicht finde ich hier Anhaltsspuren vom Niveau von Knallfrasch. Nee dafür musst du unter Bedrock nie in der Höhe. Er geht im normalen Modus leider nicht so ganz. Im. Was ist das? Yellow Ore. Yellow Ore. Yellow. Hengmi ist das kein gutes Anzeichen dass ich jetzt schon eine Spineure. Und. Du spinnst einfach ein bisschen. Ich bin ein Skelett. What the fuck going on here? Ich muss mehr Packacs bauen fällt mir jetzt gerade auf. Ok wieder nach oben. Auf und runter. Auf und runter. Auf und runter. Zurück bin ich noch nicht so weit gegangen. Ich bin auf der Suche nach Diamanten aber hab nur eine Steinspitze. Läuft bei dir. Ja aber ich bin gut. Also ich hab schon Yellow Ore. Ja ich auch. Nice. Nice. Ich hab sogar schon. Amor. Wow. Wow. Es gibt einfach so ein neuer. Und ich hätte Silbererz. Und ich hätte Silbererz. Pinkerz hab ich auch schon. Also Essen, Blöcke. Uranium. Nice. Das geh ich sicher aufbewahren. Sicher vor mir oder sicher für dich? Sicher vor dir und das ist sicher für mich. Enderman. Das auch noch. Also ich bin auf Höhe 24. Jetzt auf 12. 24? Oder 27. WELF! Ossssssssssssssssssssssagde... 10? Hallde? Ich hab dem Rubie Ore gefunden. ruby 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 nananane Was ist das? und redstone ich hab auch nicht lol ich hab Falkeln vergessen oh mein god der hat Falkeln vergessen er wird nicht so lange drum rum Falkeln und Neue holen Nee, ich bin ja in der Höhe da unten und in einer Mine. Da hat es Holz und auch Kohle. Deshalb reichen. Meine Spitzhack ist gerade futsch gegangen. Bye-bye, Pickaxe. Es war schön mit dir. Ich werde dich vermissen. Ich sehe es schon, komm, ich werde jetzt dann bald wahrscheinlich der größe Schreck meines Lebens bekommen. Meines Minecraft-Lebens. Oh Gott! Das geht schon mal gut los. Ich habe nach vorne geschaut. Es ist einfach etwas grünes vorbeilaufen im Gang. Und dann um die Ecke herum geschaut. Creeper, Mini-Zombie. Und ich höre noch ein Enderman. Creeper, Mini-Zombie. Große Party bei dir. Hallo, Mini-Zombie. Wirst du Minderjährige einlädst wie der Mini-Zombie hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Stirb, stirb, stirb. Hallo, Spidey. Spiderman! Ist getötet. Was ist das? Was ist das? Weiß nicht. Leute, warum ist hier einfach eine flache Graserde verboten? Ach so, das hast du öfters in Minen. Ist das öfters? Ich bin selten in Minen. Ich bin selten in Höhlen. Ich bin selten in Höhlen. Ich bin selten in Höhlen.